Ich werde nicht raus, in den Regen gehen. Scheißwetter. Alle Mann an Bord. Los! Hallo, Entschuldigung. Ich würde gerne meinen Sohn abholen. Kinderstation, die ist im Zweiten. Tom, du machst mich traurig, wenn du jetzt nicht rauskommst. Mach du. Der ist doch hygienisch, was er so, oder? Wir wissen ja nicht, woran dieses Tier gestorben ist. Es gibt etwas, weshalb die Menschheit übernimmt. Immer auf geht, ohne was weiter vorangeht. Was ist denn los? Für Kunschek hat erhöhte Pestizid, wir haben den Kiffgekost festgestellt. Das betrifft aber nur ein Produkt von nur einem Hersteller. Bobtuck. Bobtuck? Hm, lass uns testen. Was war das denn? Ihnen ist ein Wahnsinn hier dackelstürzt. Scheiße. Was ist das denn? Oh Gott. Wir werden angegriffen. Der alte Bunker, wer hätte gedacht, dass wir den nochmal brauchen. Seht mal. Unsere Kinder haben kein Zuhause mehr. Ihnen hat ein rätselhafter Anschlag. jegliches Gefühl von Sicherheit geworfen. Ihr habt doch gesehen. Tom, du bist außer Kontrolle. Ich meine, was sollte denn bei einem Gewitter sonst vom Himmel fallen? Wir drehen ihn jetzt hier alle durch, oder was? Wir werden vom Ozon-Bahn angegriffen. Die Bullen erklären mich für verrückt und mein Sohn hat Angst vor Regen. Scheiße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020